Anmut, Grazie, filigranes Taktgefühl und pantherhafte Geschmeidigkeit. All das sind Eigenschaften, die man bei der neuen Funkengarde der Ölfnitzer Karnevalsvereinigung zumindest nicht auf den ersten Blick sehen kann. Aber auch trotzdem, Sie wollten mit dabei sein heute Abend beim großen OCV Sommerfestival. Und hier sind Sie nur für Euch mit einer Weltpremiere. Die letzten Jungfern von Ölstnitz! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ja, ja! Untertitelung. BR 2018 . BR 2018 Das Männerballett der Mösenhinter Karnevalvereinigung. Tja, Jungs, ihr habt es gehört, die Festivalgäste, ja, haben teurer Eindruck bezahlt, wollten euch direkt wahrscheinlich noch mal sehen. Ich versuch's jetzt, ich versuch jetzt mal richtig im Sinne von euch Männer, ich versuch mal richtig die Zugabe abzuwirken. So wollen wir nochmal, ich kann euch nicht für Kameras öffnen. So, ich denke, wir haben den Männern jetzt mal ein bisschen, ein kleines bisschen Luft noch mit verschafft. Die Zugabe muss natürlich erfolgen, ob sie es hinkriegen, wissen wir nicht. Aber, ich sag euch eins, das, was sie jetzt noch mal tanzen, das habt ihr vorher noch nicht gesehen. Das wird wieder ganz anders aussehen. Auf unser Männerballett ein Dreifach-Männer-Nozzi-V! Es gibt Nozzi-V! Der Manns-V! 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 Untertitelung. BR 2018 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 So Jungs, das ist euer Applaus. Komm her, das ist euer Applaus. Ich hab's unglück, mich war auch unser Männerballett noch einmal, ein Dreifach-Banner, Nord-TV. Ich bin für mich, Nord-TV. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018